Hallo Anna, du als einzige Frau hier beim 24-Stunden-Rennen. Wie fühlst du dich nach der Hälfte sozusagen? Ja, relativ gut. Schwache Beine ein bisschen, aber sonst alles tipptopp. Du machst mir recht einen guten Eindruck. Wieso bist du eigentlich alleine unterwegs? Bist du zu schnell oder zu langsam? Unsere Gruppe war schon von Anfang an ein bisschen langsamer als die anderen unterwegs. Und deshalb fangen wir halt ein bisschen an einem anderen Rhythmus. Aber das passt schon. Ich habe ja gute Freunde, die immer wieder mitfahren. Hallo Anna, Frau. Wie war es die Nacht? Einsam oder ging es? Nein, es ging eigentlich. Ich hatte fast immer jemanden, der mit mir hochgefahren ist. Deswegen hatte ich immer gut unterhalten. Und war jetzt die Piste noch in Ordnung? Ja, die Piste im Zielbereich ist schon ein bisschen hattrig, eisig, aber sonst ist sie eigentlich noch in gutem Zustand. Okay, dann danke ich dir und wünsche dir viel Glück und wir sehen uns heute Abend. Dankeschön.